ARD Text im Auftrag von Funk Es ist der Bruder Salah, der Bruder Sam und der Bruder Sam mit den daglichen Worten für den besten Worten für den besten Dagen. Und wenn du dich auf den Lokal sagst, dann sagst du dich an. Dagens Wort ist, gibt es etwas, was du beschämt? Bruchat, wenn du dich nicht beschämt, was du beschämt? Es gibt nichts, was du beschämt. Was ist das, was du beschämt? Ist es etwas, was du beschämt? Du zeigst dich auch, was du beschämt? Ich sage, du bist dass du beschämt und wir trönt wie wir, was du beschämt. Man sieht es, dass wir uns auch beschämt, was du schon besser ist. Wir sprechen nicht von einer Unlesse, was du beschämt? We hatten keine Wir, wir sagen uns doch nicht? Wir sprechen nicht von einer Leute, wenn wir uns das, was du beschämt und wir sind. So, warum setzen wir uns ur und beschämmer, so wie Menschen, die nicht haben Guds in ihren Leben? Finns es etwas, was beschämt den Guds, die wir haben tillicht zu? Ist es ein Guds, die nicht beschämmer, wenn wir beschämmern? Ist es ein Guds, die uns verletzt? Er verletzt nicht. Er verletzt nicht. Er verletzt nicht. Er verletzt nicht. Er verletzt nicht, warum wir uns beschämmern, weil wir falsch sind. Wir sind begränset. Es stimmt, es gibt Dinge, die wir nicht können. Es gibt viele, die wir nicht wissen. Aber Guds, die in uns ist, ist nicht begränset. Es gibt nichts, was es unmöglich ist. In 1er Mosä, Kapitel 18, Vers 14, står det så. Gud själv sagde. Wie wenn wir uns am Anfang der nächsten Jahre, dass uns alle besprochen haben, dass die Vierer schon immer nösten ist, so dass er ja nicht möglich ist zu tun ist. Es soll sohär, Es soll etwas umglysten für Herren, vor dem bestimmten Zeit kommst ich und ich zurück zum ersten Jahre, und dann kann Sarah eine sohn. Perogad, nicht wirklich wirklich sass. Es soll feststellen, es gibt nichts umglyt oder zu bequemre Herren. Nein, ich sage dir nicht, dass du sie nicht mehr machen von dir ist. Es ist so, dass er eine Omsorgung um euch, also alle ihr Börder zu ihm. Es gibt jetzt eine Möglichkeit für ihr zu kommen, um sich aus den Bekümmern zu kommen. All das ihr känner ist 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 für ihr eigen Stürkern. Aber es ist nichts für den Guden, die wir haben. Veränder ihr Syn just nu. So lift Ihre Hände und sag so. Oh mein Herr, ich klarer nicht auf das. Du kannst nicht auf das. So die Situationen, ich gebe es dir. Du bist mein Rettet. Du bist mein Stärke. Du bist mein Stärke. Wenn ich dich alles klarer, dann klarer ich alles. Amen. Wenn ihr das von hjärtat kommt, dann kommt ihr von all bekymmer und oro. Anledningen, was Bibeln sagt, dass wir uns nicht auf unsere eigene Stärke sind. Das ist alles möglich für Gud. So blanda Gud in alles, dann kommt ihr von euch. Dann kommt ihr von euch. Und ihr euch. Dann kommt ihr euch. So, wenn es nichts oder nicht ist, was nicht möglich ist, dann macht ihr euch. Ich bin froh. Und ich bin froh. Schau. Amen.